Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer, Tierversuche, das ist ein neutrales, beschönigendes Wort für Tierverstümmelung, Tierverletzung, Krankmachung von Tieren und so weiter. Das heißt, diejenigen, wir, die wir nicht nur unsere Mitmenschen achten wollen und mit ihnen fühlen wollen, wir sollten auch mit unseren Mitlebewesen fühlen und sie achten. Und aus diesem Grunde ist es natürlich wichtig, dass man alles tut, um diese Tierversuche zu reduzieren, zu verringern und wenn es irgendwie möglich ist, ganz abzuschaffen. Und ich meine, meine Vorrednerinnen, die haben es ja schon ausführlich dargelegt, da schließe ich mich 100 Prozent an, auch von beiden Gesichtspunkten. Die AfD-Fraktion wird jedenfalls diesem Antrag als einem Schritt in die richtige Richtung zustimmen.